hallo liebe zuschauer ist das leben nicht schön endlich lacht mal wieder die sonne vom himmel es ist wunderbar warm und ich gönne mir gerade mal eine kleine pause also natürlich keine richtige pause als könig bin ich selbstverständlich immer im dienst aber aufgrund des schönen wetters habe ich beschlossen meinen heutigen film einfach mal gemütlich von der sonnenliege auszudrehen ich meine es ist ja auch wichtig dass ich gut aus sie als könig dann muss ich schon auf meinen tern achten und mich zwischendurch mal ein wenig bräunen und erholen sonst heißt es nachher noch der opa sieht aber blass aus der ist bestimmt krank nein nein das wäre gar nicht gut solche gerüchte können ratzfatz zu irgendwelchen umsturz bewegungen oder ähnlichem führen das muss gleich im keim erstickt werden dafür ist die richtige optik enorm wichtig so gesehen ist dass hier im prinzip auch gerade harte arbeit aber ich mache es mir dabei halt so angenehm wie möglich herrlich zum glück kann ich als teddy auch keinen sonnenbrand kriegen ich hatte zumindest noch nie einen allerdings haben meine diener mich bislang auch immer vorsorglich eingeschmiert mit sonnencreme äußerst lästig überall dieses klebrige weiße zeug im feld ich hasse das das braucht kein bär ich glaube die ganze sache mit dem sonnenbrand wird überschätzt das doch alles bloß panik mache sonnenschein ist die natürlichste sache von der welt den gab es schon immer und die alten bären früher schließlich auch keine sonnencreme naja egal ich lasse mir die sonne heute jedenfalls einfach mal so auf meinen edlen königspelz scheinen was das was ist das für eine komische farbe ist das einfach rot ich bin doch kein hummer das hatte ich noch nie ich muss hier schnellsten zwecke ach so nicht vergessen gibt mir bitte wieder einen daumen nach oben teilt unbedingt die news aus beranien und abonniert auch meinen blog das geht ganz einfach mit einem klick auf den button unten vielen dank dafür tschüss hilfe tina notarzt